Der Kuppelsaal der Technischen Universität Wien bot den Rahmen für ein ganz besonderes Jubiläum. 140 Gäste feierten hier 10 Jahre Fraunhofer in Österreich. Besondere Glückwünsche kamen von Prof. Dr. Raimund Neugebauer, dem Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft, der für diesen Abend nach Wien angereist war. Die Fraunhofer-Gesellschaft steht für werteorientierte Wertschöpfung in Deutschland, in Europa und ist ein Innovationstreiber für Wirtschaft und Gesellschaft. Wir freuen uns, dass dieses Erfolgsmodell auch in Österreich Fuß fasst und ich gratuliere ganz herzlich zu 10 Jahren Fraunhofer Austria. Dass Fraunhofer nicht nur angewandte Forschung in vielen Branchen betreibt, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch musikalisch Innovationsführer sind, wurde bei der Veranstaltung ebenfalls unter Beweis gestellt. Die musikalische Umrahmung, die neu gegründete Firmenband Ritter Josef gemeinsam mit dem Atmos Quartett. Untertitelung des ZDF für funk, 2017